Kamera läuft, Ton läuft. Okay, 3, 2, 1, klick. Mit deiner Begeisterung für das Thema Energieeffizienz steckst du andere an? Du kennst dich aus mit Wärmebrückenberechnung oder Lüftungskonzepten? Bist du bereit für deinen nächsten Karriereschritt? Dann baue mit uns unseren neuen Standort in Bremen auf. Die Planungsgesellschaft Bode gibt es bereits seit zwölf Jahren an mittlerweile neun Standorten. Mit knapp 100 Mitarbeitern wollen wir das Wachstum weiter vorantreiben. Unser Fokus ist die Energieeffizienz. Egal ob im Wohnungsbau, Industrie oder in kommunalen Bereichen. Unser Weg geht über die Konzeptentwicklung bis zur Baubegleitung. Alles aus einer Hand. Wir suchen mit dir einen Partner, der uns dabei am neuen Standort in Bremen unterstützt. Dein Know-how ist der Schlüssel für unseren gemeinsamen Erfolg. Bereit? Dann gehen wir es an.